Krasses aus der Kaffeeküche. Darf der Chef bei der Betriebsratswahl eine Liste offen unterstützen? Viele sagen, nein, natürlich dürfe er das nicht, denn der Arbeitgeber müsse neutral sein bei der Durchführung und Vorbereitung einer Betriebsratswahl, mit der er ja nichts zu tun habe. Das ist so. Aber was genau heißt neutral? Hier gibt es ein neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Und ich sage Ihnen, dieses Urteil ist praktisch unbeachtet geblieben in der Praxis. Warum? Weiß ich auch nicht. Aber wichtig ist das Urteil schon. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts definiert den Neutralitätsbegriff etwas näher. Hiernach hat auch der Arbeitgeber Recht auf Meinungsfreiheit. Er darf also durchaus sagen, auch wenn ich das als Arbeitnehmeranwalt als sehr unglücklich empfinde, wählt nicht die Kandidaten von der Liste A. Bitte tut mir das nicht an. Wählt die Kandidaten von der Liste B. Sagen darf der Chef das in der Kaffeepause. Das wäre wohl noch keine Behinderung der Betriebsratsarbeit und keine Behinderung der Wahl. Wie reagiere ich auf einen offensichtlich nicht neutralen Chef? Weiß ich auch nicht genau. Ich würde Wahlkampf betreiben. Natürlich dürfen Sie das Arbeitgeberverhalten im Wahlkampf, auch in der Kaffeeküche, kritisieren. Durchaus scharf, aber eben sachlich. Und ja, Sie könnten versuchen, die Wahl anzufechten. Hiervon würde ich Ihnen aber in fast allen Fällen abraten. Setzen Sie sich schlicht durch unter Ihren Kollegen. Finden Sie Wähler. Finden Sie Freunde. Solange der Arbeitgeber nicht mit Nachteilen droht, für den Fall, dass ihm nicht genehme Kandidaten am Ende gewählt werden, und solange er nicht Vorteile, konkrete Vorteile verspricht, verhält er sich neutral genug. So sagt es das Bundesarbeitsgericht. Das wollte ich Ihnen mitteilen. Wenn Sie interessiert sind an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dann schauen Sie doch mal auf die Website www.bag.de. Das ist die Website des Bundesarbeitsgerichts. Früher praktisch unbrauchbar für den Praktiker, inzwischen besser geworden. Da gibt es so eine Art Freitext-Suche. Da geben Sie ein, Betriebsratswahl zum Beispiel, und dann ploppen die gerichtlichen Entscheidungen der letzten sieben bis acht Jahre auf. Im Volltext. Immerhin. Und natürlich unterhält auch die WAF viele Angebote rund um die Betriebsratswahl, die jetzt wieder aktuell wird. Aktuell wie der Streit in der Kaffeeküche. Das war Niklas Pastille für die WAF. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann liken Sie es gern. Und schauen Sie mal, ein Produkt haben wir für Sie vorbereitet. Das ist interessant. Schauen Sie mal rein.